Hi Leute, willkommen zurück. Guckt euch mein neues Gerät an. Zwei Pferdestärken, Superfelgen, auf der einen Seite Doppelschweiffelgen, auf der anderen Sigma Totenkopffelgen. Ich habe sogar einen eigenen Chauffeur vorne dran mit Scheinwerferkerze und oben eine Superkanone. Und oh, so wie es aussieht, fliegen heute die Vögel etwas tief und sind besonders hässlich. Aber das macht nichts, wir probieren erstmal unsere Luminar-Kanone aus, damit kam hier niemand was. Gorbol, alles, die sollen nur kommen. Ich fahre jetzt gerade ein bisschen so vor den Altdorfervororten rum, um das Ding ein bisschen einzufahren in den ersten Kino. Oh mein Gott, nein! Ah! Nein! Nein! Nein, Kolek! Rachnoga, Shagoth! Wo? Oh, Matikor! Jetzt fehlen nur noch die Rachnoga! Was ist denn? Ach, Chauffeur, fahr! Fahr, zum Glück habe ich dich angehalten, du bist einer der Besten, du kriegst uns hier raus! Ah! Verflucht! Wäre ich nur versichert gewesen! Naja, im Gegensatz zur Rohrhammerwelt muss in Deutschland jedes Kraftfahrzeug versichert sein. Allerdings gibt es da auch Unterschiede im Preis und in der Leistung. Die meisten Kraftfahrzeugverträge laufen zum 1.1. ab und haben einen Monat Kündigungsfrist. Das heißt, bis Donnerstag habt ihr noch Zeit zu wechseln. Bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit zur Allianz zu wechseln und erhaltet dann einen Wechselbonus von 50 Euro. Sie haben dort starke Tarife, die eventuell auch noch günstiger sind als eure jetzigen Verträge. Ob das so ist, könnt ihr euch in einer kostenlosen Beratung ausrechnen lassen. Schreibt einfach eine E-Mail an pascal.noll-at-allianz.de. Ich schreibe das auch noch in die Videobeschreibung rein. Ihr findet ihn auch in den Kommentaren und in den Streams manchmal unter dem Namen Pocket515. Viel Zeit ist zwar nicht mehr, aber wir wissen alle, wenn ihr es jetzt nicht macht, dann macht ihr es nie. Und Pascal ist eindeutig von der schnellen Truppe. Falls ihr einen Vertrag abschließt, unterstützt ihr auch diesen Kanal damit, denn ich erhalte pro abgeschlossenen Vertrag 50 Euro, was ich dann in neue PC-Ausrüstung zukünftig spiele und auch Preise für die kommenden Turniere stecken kann. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.